hallo ihr lieben ich bin's gabi und heute geht es mal nicht um wohnmobile heute geht es ganz einfach darum ich habe heute einen schönen tag gehabt mit ich bin heute mit drei angestellten von mir in der schei gefahren wir fahren immer mal in der schei zum einkaufen und heute sind wir auf einen größeren markt gefahren und naja eigentlich ist das mehr es ist nicht unbedingt dass man da sachen braucht oder so aber es ist auch mal der spaß haben wir aber unheimlich viel spaß und es ist eigentlich immer ganz amüsant und ich habe da mal ein paar kurze videos gedreht und die wollte ich eigentlich mal zeigen ich hoffe es gefällt euch und ihr habt ein bisschen spaß dabei also wenn wenn euch das interessiert so ein tschechenmarkt dann bleibt dran hallo 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 heute stellen wir vor die uta die claudia und die gabi wir sind jetzt hier bei tschechen und wollen auf den tschechenmarkt ohne wohnmobil einfach nur mal so rentnerausflug den claudia bekommt gleich ihre große haxe die ist immer so ein bisschen verfressen und ich esse nur salat und die uta die bekommt ein großes schnitzel alles billig kostet fast nicht alles Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Für Acht nehme ich es nicht. Nein, leider nicht. Wir sind jetzt auf dem Tschechenmarkt angekommen. Hier ist die Uta, die Gabi und die Claudia. Und da hinten steht ein Wohnmobil. Und da hinten steht ein Wohnmobil. Aber damit sind wir nicht. Damit überlachten wir weiter. Ja. Ich habe auch schon was gekauft. Frau Rathemann hat eine Tasche gekauft. Frau Rathemann, Frau Rathemann, das Zubehörzende. Ein Zubehör. Ein Babybär. Birgit. Birgit, hörst du das? Ja, aber das habe ich gar nicht gesehen. Das ist eine Überraschung gewesen, als wenn das ein Zeichen wäre. Genau. Das war ein Geschenk, was in der Tasche war. Ja. Hier unten ist die Mutsi, die begleitet uns heute. Und da muss ich jetzt nur zeigen, was du gekauft hast. Nein, ich halte die Kamera. Und ich verrate nicht, was ich gekauft habe. Nein. Ich zeige es vielleicht nachher. Nein, zeig. Zeig das jetzt. Die hat die größeren. Die hat die größeren. Die Hütte, die Schwimmchen. Die Schwimmchen. Das ist groß. Die Gleitensche. Der kleine Kopf, die hatte großen Kopf. Kabi, lasst dich nicht überfahren. Klautia, hier alles billig. Alles gut, Ski. Aber die Frauen dahinten sehen nicht schlecht. Ich muss erst mal gucken, ich kann nicht gleich gucken. Ja, Uta, die sehen nicht schlecht. Ach ja, die sind schön. Was kostet sie? Was kostet sie? Ja. Ja. Das schon. Das ist auch wichtig. Was soll ich hier? Hallo Frau, ich bin hier. Wie ist die Hand? Ich bin hier. Wo ist die Hand? Wie ist es? Wie ist die Hand? Wo ist die Hand? Wie ist die Hand? Das ist ein Schöpfchen, das ist ein Schöpfchen. Guck mal hier, der Bluber mit der Mütze, der ist schön, mit dem Puschel drauf. Hallo, wir sind in der Shechei, wir haben den Markt leer gekauft. Die Schäfermüße ist leer. Haufen Geld alle gemacht. Das sind fix und fertig. Gabi hat die Haare schön. Ich war beim Friseur und Wahnsinn. Das sind alle Fick und fertig. Jetzt geht es wieder nach Hause. Bei den Kindern und bei das Geld, was wir nicht haben.